Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Bei mir immer noch Tobias. Ja, der Fun. Tür abgeschlossen und verregelt. Heute mit einem Päckchen, einem Fun-Päckchen Lego-Movie mit Unkiddy und einem Fahrzeug, das es im Film nicht gab, haben wir gerade mal so festgestellt. Wir machen es trotzdem. Natürlich, hallo. Unkiddy ist toll. Wer weiß, welche Fähigkeiten das Auto macht. Ach, Rainbow-Fähigkeiten, ne? Hat sie ja als Einzige, oder? Jein. Nein? Ich möchte mir etwas sagen, es gibt noch jemanden mit Rainbow-Fähigkeiten. Ja. Wen? Das heißt, Wen. Voller Adventure-Time, dieser Typgischchen kann das auch. Ich dachte immer. Ja, ich dachte auch. Konnte ich auch schon machen. Das sind ja süße Farben. Oh, jetzt sind sie wieder süß. Wie die Simpsons. Ja, genau. Simpsons rosa. Simpsons rosa. Neue Farbe. Ach, da ist jetzt die Anleitung drin für das Kitty, ja? Für die Kitty? Ja, klar. Das ist alles sehr strange, ja. Ja, du. Weißt du doch, wie die Figur jetzt immer drin ist und der Wagen muss dann ein Spiel aufbauen. Oder die Figur. Mhm. Ich sag ja alles sehr merkwürdig. Da kannst du ein eigenes Zimmer für ein Leben. Einen eigenen Bautisch und dann wieder spielen zwei Minuten und dann wieder aufbauen. Ja. So ungefähr. Ja. Oder so wie wir. Oh, guck mal. Das ist auch neulich. Geschweif. Mhm. Extra für das Kitty. Nur für die Kitty extra produziert. Genau. Als ob die das, naja, können die bestimmt auch für andere Sets nutzen. Für ihre Lego Friends. Haben sie ja auch dieses. Keine Ahnung, das kenn ich so und nicht, also ja vom Hörensagen schon, aber. Dafür würden sie es vielleicht auch noch nutzen. Nein, das ist nur für sie. Und sie hat keine Zweigesicht, also. Oh. Kann man die gucken, nicht böse. Kein Angry-Gesicht. Aber im Film ist das so witzig. Ja. Haben sie die durchgekriegt. Wahrscheinlich nicht. Das sind verschreckende viele Kinder. Ja, genau, die erschrecken sich sonst. Oder man müsste es ab zwölf machen. Genau. Die Farben sind echt irre. Aber du kennst mich sowas so. Oh, ein Lenkrad. Wo ist das Lenkrad? Geil. Endlich, ja. Endlich mal wieder ein Lenkrad. Das ist so Hammer. So, Kitty ist fertig. Kitty ist schon fertig. Ja, gleich fertig. Langkitty. Okay. Diesmal süß, mal nicht. Oha, jetzt geht er ab. Jetzt kommen die Blümchen. Blümchen, Blümchen. Hier sind auch Blümchen. Und das muss jetzt da rein, oder? Kann man so abmachen. Ach so rum. Alles klar. Ja, genau so. Ich hoffe, im Moment, hoppala, verwirrt. Äh, das ist pink. Ja, weil ihrer Welt war ja alles bunt. Ja, die ist doch hübsch, die Welt. Mhm. Und das bleibt zusammen? Nee. Jetzt kommen da einzelne Blümchen drauf. Das war ja klar. Schwerbegubt. Andersrum, ne? Ja, genau. Warte mal kurz, da ist noch ein Stein. Geh nochmal zurück, bitte. Ach so. Das ist ein Auge. Das sind zwei Augen. Ach, das Ding hat Augen. Ach du. Nee, das ist ein bisschen. Da sind sie. Ja, ich hab noch eins. Ja, aber Ersatz wahrscheinlich. Oh Gott, das ist okay so, ne? Mhm. Kann man mal lassen. Kann man so lassen. Schild ein bisschen. Ja, ich dachte gerade, ich krieg's zum Schilden, aber dann dachte ich mir, gib dem mal Mühe, Junge. Ja, das ist aber schon fertig, ja. Der ist überhaupt nicht. Aber für die anderen Fahrzeuge, ne? Ja, ja, richtig. Man kann ja auch immer die umwandeln und braucht man wahrscheinlich die Ersatzsteine. Das ist ja süß. Drei. Da sind noch einige. Ja, ich hab drei davon. Vier müssen sauer sein. Ich weiß was falsch. Sollen da vielleicht die dunkelblau-Nähe, wobei das soll schon passen, farblich, ne? Tja, schauen wir mal. Da hast du noch einen, aber... Ne, das ist kein Durchsichtiger. Ja, unten sind die auch Durchsichtiger. Ja, aber ich bin überlegen, ob das nicht das blau ist hier unten, aber ich glaube eher nicht. Nicht schlimm. Das ist nicht durchsichtiger, das war richtig. Hm. Ja, alles stimmt. Nimm für den Moment einen Normalen oder so. Oh, Lego! Was ist das denn? Das kann doch passieren, das weiß ich nicht. Was ist das denn? Das hätt's so schön sein können. Kann doch passieren. Okay. Bevor das nicht repariert ist, darfst du es nicht registrieren bei deinen Mansions. Hey, das erkennt er die Konsole sofort. Das erkennt die Konsole sofort. Und im Spiel sieht das dann genau so aus. Genau. Mit Bankfehler. Ja, in diesem Sinne. Ach so, das sind drei Steine. Hm. Aber trotzdem, man kann sich nicht da reinsetzen. Doch könnte man, oder? Könnte? Jetzt kann man es. Oh, theoretisch. Aber ey, im Spiel sieht man es auch. Im Spiel wirst du es können. Ja, wie immer. Im Spiel wird man es können, genau. Wer weiß, was dieses Fahrzeug alles kann. Das werde ich im Spiel sehen. Bis dahin. Ciao. Tschö. Ach. Counter. Bevor du nicht? voicebeat. oku L. Change.